Und herzlich willkommen, ne neue Runde in so wird's Epic Spiel spielen, das Kobalt-Hatron Nummer 6. Und sind gespannt, wer die Gegner jetzt bekommt. Langsam sollte es nicht mehr da kommen, ist schon da kommen mit dem ersten Eis. Und wir bekommen einen gekriegt einzuhalten, die Gegner. Ähm, wir verteilen, wir sehen uns jetzt hier. Und sind ganz süßig entgegen. Was hat er da hinten an sich gemacht? Ach, er ging in den unteren, okay. Ähm, gut. Dann gehen wir mal los. Dann sollen wir einen wegnehmen, oder sollen wir uns auch an den Stief gehen? Ich habe ja noch mal einen weg. Okay. Hier bin ich mir jetzt alle wegnehmen. Hey. Ich bin fast. Ah. 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 Ich hoffe es hat euch trotzdem was, oder bringt euch langsam was auf dem Weg zum Verstehen, aber ich wünsche euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann, ciao, ciao.